Hallöchen! Es ist 11.20 Uhr. Schöne Grüße aus Bratislava. Neben mir übrigens die Kirche Stefana. Ich möchte eigentlich zur Burg. Allerdings, wie ihr seht, komplett dichter Nebel. Ich hoffe jetzt, dass sich der Nebel doch noch auflöst. Momentan aber macht es überhaupt keinen Sinn, da rauf zu gehen. Ich bin einfach dem österreichischen Feiertag entflohen, wie angekündigt. Immerhin sehe ich eine Straßenbahn, die hier gerade ankommt. Mit etwas Glück löst sich nachher auch dieser Nebel auf. Es gibt ja mehr zu sehen. Bis bald und bis nachher. Ach ja!